Dann... Achso, die kommen noch nicht wieder. Ach doch, push uns an. Ja, wir verfolgen ihn jetzt. Und bin soweit. Los geht's. Das ist kein Zeitpunkt, Leut. Du musst deine Hände auf und gehen. Es gibt keine Angelegenheiten für uns. Da ist die Koltova. Ich sehe ihn. Wir gehen in nahe. Gehen wir. Okay, wir kriegen Besuch. Und der Besuch greift mich direkt an. Oh, Level 5 schon? Ach du heilige... Heilige... Oh. Das ist unfair. Die sind zu schnell. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt ein? Regen der Stärke. Alpha. Oh, das tut weh. Und pennt. Und greift natürlich den an, der pennt. Und noch ein Ring der Alpha, oder? Ring der Stärke. Alpha. Verzweifel macht sich. Alter Falter. Das wird hart. Können wir mal so sagen. Mal gucken, wie viel die aushalten. Okay, wir haben 700 Leben ungefähr. So. Wundervoll. Wind und Kono sollte ich natürlich nicht beieinander spielen. Gut, der erste schon mal weg. Was zur Hölle. Ist das alles, was du hast? Ja. Gut, der nächste ist der. Okay, nehmen wir Wasser. Oh nein, das ist Feuer. Das ist unfair. Kann ich nicht einsetzen. Das ist unfair. Schmerz-Style. Waterflash. Äh. Das. Deutsch. Das ist doch. Bombe. Sechs, sieben. Acht, sieben, sechs. Fünf. Vier. Oh nein, das war doch definitiv ein Strike-Bonus. Muss jetzt keiner verstehen, oder? Das ist das. Aber okay. Das hättest ja viel mehr Schaden machen müssen. Speziale. Destruktive Kraft. Weltwirkung. Aber vielleicht ist er halt so schwach. Das kann auch möglich sein. Vielleicht hätte er eher mehr Verteidigung als mit Angriff. Müsste ich gleich nochmal nachschauen, wenn wir mal Ruhe haben. Sieben, sechs. Fünf. Und die Drei. Superdreise, Superdreise. Atem des Magios. Okay, los geht's rein. Kristallnägel. Oh, sehr schön. Wasser. It's too late. No countable, we're leaving you on this ship. One way to find out, I guess. Let's head to the bridge. Würde ich auch mal so sagen. Okay, ich kann zwar jetzt trainieren und Karten sammeln, halt aber keine Level aufsteigen. So, Status. Was hast du denn? Angriff 70. Okay, dann ist es kein Wunder. Bei den Angriff... Alter, 14, 18, 34, 17, 18, 25, okay. Der hat nur hohe Verteidigung. Höher als die drei. Gut, hab ich mir fast gedacht. Aber nichtsdestotrotz, sollte ich mal... Ach, konnte ich ja gar nicht kaufen. Goldkätzchen. Auch neu bekommen. Alles klar. Ist halt nur die Frage, wo ist jetzt die Brücke? Das sieht nicht zu fair aus. Und ein Foto brauchen wir auch noch von denen. Haben wir auch noch nicht. Okay, mehr kann ich nicht. Okay, in Kronos. Machen wir erst in der nächsten Runde. Machen wir erst mal Wasser und Wind. Äh, Feuer, Wind. Licht. Normal. Und nochmal Wind. So, da haben wir ihn platt. Machen wir Schatten. So weit wie es geht, dann werden wir Wind spielen. So, du bist dran und du machst Sips Reparatur. 66, okay. Das ist ja... Das ist ja nichts. Ähm. 8, 6. Mist, ich muss tatsächlich Wasser einsetzen. Aber ist nicht so schlimm. Ich muss gleich mal gucken, dass Mizutima mehr Heil zauberkriegt. Dann wird er unser Heiler in dieser Gruppe. Zeit, um die Lüte zu holen. Okay, schnell ist es schon wieder Schmuckkästchen. Also können wir die ruhig verkaufen. Die meisten Maschinen das sind bereits erhalten in ihren Speichermodulen nützliche Informationen. Vielleicht können wir etwas herausfinden und versuchen, wie auf den Datenspeicher zuzugreifen. Wahrscheinlich ein Passwort für... Äh, wir sollten es irgendwo notieren. Okay, ich hab's mir nicht notiert. Warte mal. 1, 3, 4, 2. Wenn ich mich richtig ersinne. Aber ich kann mich natürlich auch irren. So, ich sag mal hier. Was haben wir denn? Mizuti. Ich würde sagen, einmal komplett Überholung machen. Ich muss mal gucken können. Er hat normal, ne? Ich würde sagen, wir nehmen erst erstmal Kronos. Kronoskarten. Und Licht. Würde ich sagen. sind hier ganz viele Dreierlichter drin. Haben wir da noch was? Wenn wir noch die Zweier mit. Wenn wir nicht, dann schmeißen wir gleich Zweier raus. So. Verteidigung. Schmeißen wir alles rein, was wir haben. Gut, dann schmeißen wir ein paar Lichtkarten raus. So, 5 war. 5 Karten für Heilung. Müssten ja ausreichen. Müssen wir mal gucken. Das ist dann halt Typ, oder? Kartentyp. Funden. Oh, magische Bohnengift. Achso, die verändern sich also nach und nach. Okay, dann nehmen wir einmal das. Kaki können wir auch nehmen, die, wenn die getrocknet sind. Mandarinen können wir auch nehmen. Auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ah, Flammstufe 2. Ich will mal irgendwann mal was ausprobieren. Muss ich mal aufs Klingel machen. So. Wenn ihr Informationen habt, dann würde ich sagen, bekämpfen wir die einfach mal. Oh, das ist doof, wenn die mal angreifen dürfen. Da bin ich gar nicht mehr drauf fixiert. so, Alpha, okay. Ist klar. Üpp, sup. So, erst können wir gleich anfangen. Ein Foto brauchen wir immer noch von denen. So. Machen wir hier so ein Mischmasch. Leider nix beschwört. Schade. Okay, der ist gleich down. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Und dann nehmen wir magische Chakram. Das hätte vielleicht sogar für den anderen ausgereicht. schade. Boah. So, dann machen wir kurz ihm Platz. Was haben wir denn? Sieben. Fünf. Fünf. Vier. Vier. Und da haben wir die Kamera. Die sind so schnell. Ich kann erst noch einen Eingriff muss ich wohl durchgehen lassen. Separatur. Viel Spaß dabei. Okay, ich würde sagen wir heilen jetzt mal eine Runde. Ich werde diesen Einstellungsmoment! Geh das! Wundervoll! Da kam direkt die Windflasche Gehe! Wieso? Ich war doch ganz in der Nähe Hörer! Hörer! Wasser, Wasserhof Wasser! Wundervoll! Hörer! Geh das! Geh das! Geh das! Wasserhof! Ja Baby, du kannst eine saftige, orange Gurt gebrauchen Dann haben wir Wasser, ne? Hörer! Hörer! Geh das! Äh, da gut Nehmen wir Drachenhieb Hörer dich jetzt! Destruktive Macht! Rägen, Uppercut! Hörer! 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 Nicht schlecht! Jetzt hier! 1004! Aber die Schramme sich ja eh Silber auf das finde ich super da ist da oben noch ein Weg dann schauen wir uns mal um kurz um tauchen die nun sogar auf da ist die Tür zur Brücke sie ist über das hauptterminal verschlossen das hauptterminal findet sich im kommunikationsraum wir müssen dorthin um die tür zu entriegeln weil wir uns dann bin ich wohl falsch hier sind wieder viel zu viele leute viel zu viele oder so gut eine karte regenbogenhut austauschen und das haben wir auch gut müssen wir jedes einzelnes besiegen für jeden code was haben wir hier schicke sollen schild der armut und tanzende flammen da sollte man wieder generalüberholung machen ok gegen dich werde ich wohl antreten müssen oder ne doch nicht konnte ich noch ausweichen was ein schwert reispapier was soll ich denn damit ich habe keine ahnung was ich mir in reispapier machen soll hier komme ich bestimmt auch irgendwo hin ok das trifft mich nicht an da ist wohl das waffenlager oder so der panzerlager gut dann schauen wir mal kommen wir da rein tatsache ah ok jetzt sind wir auf den kommunikation abteil entriegelung des systemen brückenzugang bitte passwort eingeben ach du jemme hier uuuhh das jetzt muss ich das richtige passwort suchen natürlich wer hätte das gedacht ach du jemme hier ach du jemme hier das wird anstrengend das habe ich mir natürlich die erste zahl nicht gemerkt das glaube ich auch völlig pumpe weil das wird eh jetzt dauern bis ich das passwort raus habe vielleicht habe ich glück vielleicht drücken die ja auch im passwort äh heilen ich heile erstmal durch ich äh natürlich gerade geheilt und direkt wieder weit auf fresse boah wie fies ich kann mich nicht wehren ich kann mich nicht wehren Prozent Lauf nicht gerade rosig für uns ja hu yes oh nein Licht und mhm egal Dämonen der Finsternis Dämonen der Finsternis da Licht dabei war ähm ist es natürlich abgeschwächt so dann machen wir alles nur Kronos boom das hat bestimmt weh ok jetzt machen wir ein Foto Wind Wind und nochmals Wind boom und bei der nächsten Runde gibt es Wasser so so ist das alles was du hast ist der eine ist gleich platt das kann Mizuti gleich übernehmen selbst mit 36 Leben das schafft er also Mizuti ist dran das ist gut zack dann machen wir das was wie ich mir schon gedacht habe da bist du dran da machen wir eine Wasserattacke Wasser schwert hinterher ja war ordentlich ist auch geschwächt so jetzt drehen wir mal ab na ich wollte Kristallschlitter auswählen ich Idiot das war eine ziemlich süße Battel ok Imperatorläufer haben wir ja schon Schild der Armut ich glaube ich nehme erstmal die Sache mit ich glaube ich nehme erstmal die Sache mit schauh ist